Beim verkaufsoffenen Sonntag in der Bergzauberner Fußgängerzone haben wir gesehen, hier sind jede Menge Menschen. Menschen, die sich mit mir unterhalten, wofür ich total dankbar bin, aber auch Menschen, die einkaufen gehen, die in die Cafés gehen, die den Hund streicheln und dergleichen mehr. Die Bergzauberner Fußgängerzone hat wirklich mehr verdient. Wir müssen was machen, um den Leerstand zu senken. Da gibt es ein EU-Förderprogramm, das heißt, wir müssen es nicht mal selber bezahlen, wir müssen es nur tun. Dafür möchte ich Bürgermeister der Verbandsgemeinde über Bergzauber werden. 3. 3. 5. 6. 7. Untertitelung des ZDF, 2020